Wir schicken Ihnen ein Heli, wenn Sie fertig sind. Wir konnten Agent Barkers nicht habhaft werden. Wir wissen nicht, was Sie erwartet. Deshalb hat Belle Sie vor den Gärten abgesetzt. Ihre Mission ist klar. Finden Sie einen Weg auf das Gelände, um es zu sichern. Feinde erkannt. Vorsicht, Agent. Da sind Cleaners. Schalten Sie sie aus und sichern Sie den Garten. Wie haben Sie das Ding transportiert? Die Cleaners haben einen Napalmörser. Jetzt weiß ich, warum der Kontakt zu Barker ist. Sichern Sie den Garten, indem Sie das Geschiss ausscheiden. Die Vorsitzrechnung ist, dass die Cleaners wohl ein neues Treibstoffsystem haben. Die tragen nicht normale Ausrüstung. Wenn Sie deren Tanz hochjagen wollten, müssen Sie sich was anderes einfallen lassen, um sie zu eliminieren. しかos ... Die Geschütze sind hin. Sichern Sie den Bereich, um die Natur zu gewinnen. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Mist. Von hier kommen Sie nicht weiter. Sehen Sie im Hof nach. Dort sollte ein Tor sein. Die Kinder sind so langgekommen, aber sie haben nicht aufgeräumt. Seltsam. Das ist gar nicht Ihr Stil. Das stimmt was nicht. Wenn Sie die Zivilisten noch finden wollen, müssen Sie das Anwesen sichern. Beeilung! Ist das ein Drache? Was hatten die vor, verdammt? Vorsicht, Agent. Das ist eine Falle. Die Klinik kommt. Vorsicht! Sie wollen zum Truck. Das ist eine Bombe. Lasst Sie mich durch! Mach den Panzer und schädet mich! Krieg Sie zur Hölle! Verre Ja, 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 ja! Rote Sturmadrohne entdeckt. Feindliche Sturmadrohne entdeckt. Feindliche Sturmadrohne entdeckt. Feindliche Sturmadrohne entdeckt. Feindliche Sturmadrohne entdeckt. zum hauptor hoffentlich kommen sie von hier aufs anwesen halten sie den cleaner auf der truck nimmt schaden sie müssen die cleaners ausschalten die den truck angreifen bevor er explodiert ich weiß nicht wie lange wir uns hier halten können in der bücherei ist ein geheimeingang ich verfolge sie mit hilfe der überwachungskameras und lotse sie her hey meck hier sie haben die bücherei gefunden sehr gut links vom gemälde über dem kamin ist ein buch auf dem dritten regal können sie sich das merken ziehen sie dran um den geheimeingang zu öffnen sie müssen sich beeilen und die zivilisten vor den cleaners finden tut mir leid wenn ich sie erschreckt habe agent das war ich jemand versucht in den tresor raum zu kommen sie die hier Agent, das ist der Cleaner, der die Security ausgeschaltet hat. Er hat spezielles Benzin. Die Flammen haben eine komische Farbe und verbrennen alles im Flügel. Lüge vorsichtig, Agent. Sie müssen nicht jeder ausfallen. Hier könnte gleich alles in Flammen aufgehen. Und wenn das Feuer sie nicht killt, dann der Sauerstoffmangel. Ohne seine Rüstung ist er nur ein normaler Typ. Ein ziemlich heißer zwar, aber auch nur ein Mensch. Das ist ihre Schmerz. Weiter, finden Sie den Tresorraum und bringen Sie die Überlebenden da raus. Vielen Dank für die Rettung, Agent. Ich glaube, die Tresortür wurde beim Angriff beschädigt. Die Belüftung funktioniert noch. Wir können also hier ausharren. Wir warten dann, bis sie bereit sind, uns zu verteidigen. Sie werden kräftige Kiefer oder Sprengstoff brauchen, um sich hier durchzubeißen. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob Sprengstoff hier die beste Idee ist. Vielen Dank. Und viel Glück mit den Lovebirds. Lovebirds? Zum Glück haben die Cleaners nicht alles zum Einsturz gebracht. Die Cleaners wollen den Tunnel aufspringen. Die Cleaners haben das Anwesen über die Gärten und die Tunnel angegriffen. In der Nähe sollte ein Tor sein, das in den Garten führt. Gegnerisches Funksignal abgefangen. Reich ist wohl ausgebrannt. Wir machen das, Schatz. Diese Elbschutz sind fest. Oh, Schatz. Die Spielkameraden für die Kinder. Und den Offen. Keine Sorge. Die Kinder beschützen uns. Oh, Mist. Diese Lovebirds. Wenn die die Invasion geplant haben, müssen sie auf alles vorbereitet sein. Also halten sie die Augen offen. Offenbar haben sie Zugriff auf Shade-Technik. Ich weiß nicht, ob Conley Agents auf seine Seite gezogen hat oder eine gute Fee dafür verantwortlich ist. Aber so langsam verstehe ich, warum das erste Team überrannt wurde. Oh, Schatz. Die Kameraden für die Kinder. Auf ihn unterschrieben. Keine Sorge, Schatz. Meine kleinen decken dich. Oh, Mist. Ich bin erster. Wenn die die Person geplant haben, müssen sie auf alles vorbereitet sein. Also halten sie die Augen offen. Offenbar haben sie Zugriff auf Shade-Technik. Hey, T- Ich bin erster. Ich bin erster. Ich bin erster. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gute Arbeit, Agent. Sie haben den Ort gesichert. Das Sanitätsteam kann nun landen und die Überlebenden nach Haven bringen.